Was habe ich im Februar als Youtuber verdient? Guten Morgen! Eine Videoreihe die quasi ihr ins Leben gerufen habt mit euren Fragen nach dem Verdienst als Youtuber und die ihr durch eure Daumen nach oben auch im Leben haltet. Jeden Monat poste ich die kompletten Einnahmen die ich mit dem Projekt Raw Spirit erwirtschafte. Muss ich das öffentlich machen? Nein. Will ich das öffentlich machen? Nein. Möchte ich Menschen die daran ernsthaft interessiert sind, entweder weil sie selber mit dem Gedanken spielen Youtuber zu werden oder einfach aus einem betriebswirtschaftlichen Interesse gerne den Markt einschätzen, eine Möglichkeit geben eine bewusstere Entscheidung zu treffen oder einfach bewusster den Markt kennenzulernen? Ja. Daher gerade bei dieser Videoreihe ganz wichtig Daumen nach oben und ich werde Euch weiter monatlich informieren. Solange ihr das wollt. Woraus bestehen meine Einnahmen diesen Monat? Sie bestehen aus den Buchverkäufen meines Buches, aus den gesamten Affiliate Einnahmen, den Werbeeinnahmen und den Patreon Einnahmen inklusive der einmaligen Spenden. All diese Einnahmen sind durch eine freiwillige Handlung von Euch entstanden. Ich betone das gerne auch immer wieder, genau wie ich mich freiwillig der Öffentlichkeit mit Aussätzen, mit all den positiven und negativen Erfahrungen um Euch zu informieren, zu inspirieren und Euer Leben anzuregen, dass es da vielleicht auch Alternativen gibt, genauso entscheidet ihr Euch eben genauso freiwillig meine Arbeit wertzuschätzen indem ihr Handlungen ausübt. Ich betone das deshalb, weil ich die Zukunft dieser Welt in eben so einer Gesellschaft sehe, die wirklich gegenseitig füreinander freiwillig einsteht und das nicht auf Zwang irgendeiner Regierung sondern wirklich komplett freiwillig. Diese Gesellschaft wird auch kommen, ich werde sie nicht erleben und die Gesellschaft braucht eventuell noch tausende von Jahren sich zu entwickeln, aber es beginnt hier in unseren Köpfen mit der geistigen Evolution, dem Wegfall von Zwang, dem Wegfall von Abgrenzung und das Leben der Nächstenliebe. Gezwungen zu werden seitens des Staates andere zu unterstützen, das ist ein Weg der mit dem Mindset was diese Gesellschaft derzeit im Durchschnitt hat leider notwendig ist. Es ist leider in der aktuellen Situation so dass wir meine Utopie gar nicht leben könnten mit den Menschen die wir hier zur Verfügung haben. Ich merke das immer wieder im täglichen Gesprächen sowohl online als auch offline, es ist derzeit gar nicht möglich. Aber dieser Weg verursacht Kummer und Leid und das ist der Katalysator darüber nachzudenken wie es in eine bessere Gesellschaft geht und mittlerweile ist der Weg der Freiwilligkeit für mich persönlich genau der Weg wo ich sehe mit diesem freiwilligen Geben und Nehmen, das ist das woran wir alle wachsen werden. Im Geiste. Natürlich erreiche ich mit dieser Einstellung nicht jeden von Euch, aber nichts desto trotz muss ich sie all den potentiellen Menschen die diese Einstellungen wertschätzen auch mitteilen, damit sie wissen warum ich das was ich tue eben tue. Und egal ob diese in einer tierleidfreien Lebensweise liegen, in einer offenen Liebe oder generell in einem bewussten Leben, ich finde das als wichtigstes überhaupt dass diese Ideen geteilt werden. Wenn Ideen nicht geteilt werden, dann können sie so gut sein und so perfekt wie es überhaupt nur geht, aber sie werden nie realisiert und deswegen ist es ganz ganz wichtig dass ihr und dass ich dieses teile, dass man gute Gedanken, gute Ideen teilt und deshalb arbeite ich jeden Tag daran meine Ideen zu teilen, meine Inspirationen zu teilen und arbeite täglich auch weiter an mir, an meiner Art zu sprechen, um mich zu präsentieren, dass ich noch mehr Menschen erreiche, dass ich noch weniger Menschen angreife, ich werde natürlich immer Menschen provozieren mit meiner Art, aber das ist halt das wofür ihr mich wertschätzt und wofür ihr eure Handlungen die ihr ausübt eben freiwillig tätigt und da einfach mal so ein Danke. Und ich bin auch stolz auf meine Arbeit, denn ich glaube im deutschsprachigen Raum gibt es keinen einzigen Youtube Kanal der täglich in der Qualität und mit dem Anspruch wendet wie mein Kanal. Kommen wir konkret zu den einzelnen Einnahmen, da man die Youtube Werbeeinnahmen nun öffentlich machen kann, kann ich ganz konkret nun Euch meine Einnahmen nennen. Fangen wir direkt mit den Youtube Werbeeinnahmen an. Ich habe im Februar 184 Euro an Werbung verdient. Die Summe ist allerdings immer nur eine Schätzung seitens Youtube und wird erst am 15. 10. des Folgemonats verifiziert. Und wie entstehen eigentlich diese Werbeeinnahmen? Jedesmal wenn ihr auf eine Werbung klickt, sei es auf einen Banner oder diesen kleinen Videoclip am Anfang oder diesen Videoclip am Anfang zu Ende schaut, dann wandert Geld von den werbetreibenden Unternehmen in die Tasche des Roganers. Ich kann diese Werbung nicht steuern und habe keinen Einfluss darauf. Also wenn wie vor kurzem ein deutscher Käse oder Butterproduzent seinen Käse oder Butter vor meinem Video präsentiert, dann wird er wahrscheinlich ziemlich wenig Kunden generieren können, aber jedesmal wenn einer mit seinem Zeigefinger auf die Werbung klickt bekomme ich 1% von diesem Unternehmen. Danke dafür. Buchverkäufe der 2. Posten. 52 Euro sind es diesen Monat. Mein Buch vegane Welt mit wenig Geld gibt es ja nun schon einige Monate und aufgrund des Affiliates Programm was ich gestartet habe generiert das Buch auch weiter Einnahmen. Was ist das genau für ein Affiliate Programm? Ich gebe jeden Einzelnen von Euch die Möglichkeit mit meinem Buch mehr Geld zu verdienen als ich selber. Warum und wie mache ich das? Ganz einfach mein Buch beweist dass vegane Ernährung preiswert und vollwertig ist. Man kann für unter 140€ im Monat alle benötigten Nährstoffe aufnehmen ohne darauf zu verzichten kulinarische Leckereien genießen zu können oder man muss ja als Kind sein um unter 140 Euro zu leben. In der Fleischernährung habe ich noch nicht das Experiment gewagt, aber in der pflanzlichen Ernährung definitiv nicht. Ich habe jeden Tag alle Nährstoffe und Preise aufgeschrieben und das mit zahlreichen Tipps und Tricks garniert. Und diese Message vegane Welt mit wenig Geld muss einfach in die Welt. Und dafür zahle ich eben auch 55% Affiliate Provisionen. Das bedeutet mit jedem Buch was Du verkaufst bekommst Du 55% des Gewinns und ich 45%. Wie das alles geht das findet ihr alles unten in der Infobox, die immer alles wissenswerte zu den Videos enthält, aber eben auch immer wiederkehrende Fragen klärt. Also was hast Du studiert, bist Du noch mit Hannah zusammen, warum ist die Daumenfunktion abgeschaltet, wie alt bist Du und so weiter. Wenn wir bei Affiliate sind kommen wir dann auch gleich zu den größten Posten meiner Einnahmen diesen Monat. Das ist die Affiliate Einnahmen. Wenn ich Links zu Produkten poste die ich teste oder benutze, dann frage ich immer vorher die Unternehmen ob sie ein Affiliate Programm haben. Wenn ja dann erstelle ich einen Affiliate Account bei dem Unternehmen und bekomme eine Provision dafür. Quasi dasselbe was ich mit meinem Buch Euch anbiete erfrage ich selber bei den Unternehmen. Die meisten haben mittlerweile alle so ein Affiliate Programm, aber der Großteil meiner Affiliate Einnahmen kommt von Amazon und leider sind diese Unternehmen nicht ganz so großzügig wie ich mit meinen 55% die ich so zu sagen gebe, sondern sie geben meist 1 bis 10%. Die Einnahmen aus diesen Affiliate Programmen der Unternehmen betrugen dabei im Januar 394 Euro. Das bedeutet dadurch dass Ihr bewusst Eure Lebensmittel oder Nutzgegenstände online gekauft habt über einen meiner Affiliate Links, ihr müsst nicht das konkrete Produkt gekauft haben, sondern wenn Ihr jetzt auf ein Buch klickt von mir und kauft Euch danach irgendwelche Algen, dann kriege ich trotzdem die Provision von den Algen, es geht nur darum dass ihr zuerst auf irgendeinen Affiliate Link geklickt habt und dann bekomme ich 48 Stunden von dem was ihr bestellt eben die Affiliate Provision. Die letzte Einkommensquelle diesen Monats sind meine Patreons und die Spenden. Während all die vorangegangenen Dinge entweder Mausklicks oder der Erwerb eines Produktes darstellt, gibt es Menschen die sich die finanzielle Möglichkeit nehmen die Arbeit dieses Kanals mit all den Idealen die damit zusammenhängen Monat für Monat finanziell zu unterstützen. Vollkommen freiwillig. Keiner zwingt sie dazu. Sie drücken ihre Wertschätzung direkt mit einem Geldbetrag aus. Das ist in Deutschland noch sehr sehr unüblich. In Amerika gibt es bereits einige Youtube Kanäle die sich nur durch Patreon finanzieren. Aber die Mentalität hier wird durch das Leitmotiv eines Mediengiganten ziemlich prägnant ausgedrückt. Geiz ist geil. Man kann direkt über die Seite Patreon werden oder natürlich auch per Dauerauftrag. Das ist beides jederzeit abstellbar und anpassbar. Ich habe auch beschlossen, dass ich bereits eine Leistung mit dem Kanal erbringe, auch bei den Patreons nochmal je nach Unterstützungshöhe kleine Benefits zu geben. So dass man z.B. mit seinem Youtube Kanal bei mir in der Infobox als Patreon erscheinen kann. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Wie das alles geht die Infos findet ihr dazu auf der Patreon Webseite die ich auch unten in der Infobox verlinkt habe und vielleicht auch oben in den Infokarten. Ja die Zahl monatlich bekomme ich 72€ von den Patreons, zumindest ist sie im Februar so. Wie gesagt das kann jederzeit variieren. Also die Zahl 72€ ist schon toll, die ich freiwillig von Euch bekomme direkt als Geldüberweisung. Aber die Zahl die ich eigentlich noch viel toller finde ist die Zahl 24 und das ist eben die Anzahl der Menschen die dahinterstehen. 24 Menschen. Eine für mich unglaublich hohe Zahl an Menschen die tatsächlich Monat für Monat bereit sind auch wenn es nur 1$ also 87 Cent sind diesen Kanal finanziell zu fördern. Danke dafür. Es zeigt mir ich bin auf dem richtigen Weg und ich trage Wertvolles in die Welt. Ehrlich. Danke. So das machen Gesamteinnahmen von 702€ für den Februar. Über Geld spricht man nicht? Doch. Weil Geld ist nur ein universales Tauschmittel. Alles Liebe und bis morgen Euer Christian. Tschüss. 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 Tschüss.